So, unsere Hütte. Sehr geil, finde ich. Ist echt schön geworden. So, das Tutorial müssen wir auch noch machen. Aktualisiere haben Fundament, ne? Tipp auf Hammer und updaten. Wir brauchen Holz auch, ne? Aber unser Inventar ist voll. Das heißt, ich muss jetzt erst das Inventar leeren. Wir brauchen auch noch Kisten. Oh Gott. Pfeile möchte ich gerne herstellen. Äh, und ich würde gerne auch mal speichern. So, das Lager ist hier. Da gucken wir mal. Wir hatten Munition. Hatten wir Munitionskiste schon irgendwo? Ich glaube ja, ne? So, warte mal. Hier sind schon mal die. Hier war Holz drin. Holz. Holz, Holz. Noch mehr Holz? Das kann auch mit da rein. Das ist auch aus Holz. Waffen. Waffen. Äh, Waffen, Waffen. 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 Was bleibt hier? Rüstung. Ja, ich mach die Rüstung auch mal mit rein. Äh, ich würde die gleich auch wieder rausnehmen, alles. So, Seil. Das. Schießpulver. Sicherung. Oh, okay. Krass. So, Munition, 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 Munition. Munition haben wir schon wieder so viel. Essen können wir gleich mal braten. Ähm, Draht. Das Gedöns. Das Gedöns. Äh, Batterien. Das kommt auch hier rein. Stecker. Das kann auch hier mit rein. Ähm, was haben wir noch? Ja, die Sachen könnten eigentlich auch alle hier rein, theoretischerweise. Aber mir fehlt da noch ein Plätzchen. Reparatursatz. Können wir gleich was reparieren? Ich würde sagen, die Axt können wir mal reparieren. Das können wir mal eben machen. Und die Machete vielleicht auch mal. So. Ähm. Hier haben wir ganz Gestein drin und so. Mit Barren. Das packe ich auch mit rein. Leder hatten wir doch, glaube ich, auch schon Platz irgendwo, ne? Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Kiste. Wofür steht fest. Äh, nein. Leder bearbeitetes Leder. Ähm. Ich mach mal hier mit die Platine und den ganzen Gedöns rein. Die Nägel hatten wir doch auch schon, ne? Da. Ich wollte schon sagen. Plastik hatten wir doch auch bei Stein. Da. Eisen. Die Münze kann auch mit rein. Ah, weiß ich jetzt noch nicht, was ich damit mache. Einen Riegel lasse ich mal für Heilung. Ähm. Ja, und die Rüstung und den ganzen Kappes hier und so. Das packe ich jetzt erstmal alles hier rein. So, Pfeil behalte ich. Weil wir ja Pfeile bauen wollen. Das heißt, für Pfeile brauchen wir Äste. Davon haben wir neun Stück nur. Und wir brauchen, äh, Eisen. Stück Eisen, ja. Wir müssen auch... Wie war das nochmal mit dem Upgraden? Äh, mit sechs war der Hammer. Upgrade mit T. Dazu brauchen wir 15 Ziegel. Haben wir 15 Ziegel mittlerweile? Drei haben wir. Wow. Nur nicht so viel. Ähm. Oh, ich hör sie schon. Oh, ernsthaft. Kommt der denn jetzt her? Oh. Hä? Okay. Ja, dann. Mh. Lecker Abendbrot. Lecker, 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 lecker. Mh. So, heißt für uns, wir hacken Holz. Kann ich nicht mehr so schnell rennen, weil ich voll bin? Nee, eigentlich nicht, oder? Gewicht. Haben wir irgendwo Gewicht stehen? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich dürfen wir jetzt nicht voll sein. So, in der Regel. So. Ich frage mich, ob die Bäume nachwachsen nach einer Zeit. Völlig außer Puste. So, wir brauchen Äste. Wir brauchen Holz. Ich hacke jetzt erstmal eine ganze Zeit. Mal gucken. Haben wir vielleicht noch ein paar Spikes bauen können. Damit wir die Nacht auf jeden Fall gut überleben. Ja, wir haben jetzt natürlich viel erkundet, muss man sagen. Das ist natürlich, äh, ja. Aber wir wollten ja gucken wegen Waffen und so. Und die können wir uns ja jetzt auch bauen. Wir bauen uns einfach Pfeile. Einen Hochstand wollte ich uns bauen. Siehste, genau. Das können wir gleich noch eben schnell machen. Da beeilen wir uns. Aber erstmal Holz und so. Nehmen wir Äste auch? Ja, vier. Okay, also man kriegt hier einiges. Deswegen beeile ich mich jetzt mal ein bisschen. So. Dann hau ich mit meiner Axt hier drauf und zerkleinere das alles. So. So. Ah, wenn er also brüllt, kommen die also auch aus dem Boden gekrochen. Das ist ja gut zu wissen, ne? Das wusste ich auch nicht. Ich dachte erst nur, die in einem näheren Umkreis wären angelockt. Aber wenn das wirklich so ist, dass, äh, auch neue Spawn aus dem Boden, wie auch immer die aus dem Boden kommen, keine Ahnung. Äh. Wie auch immer die... Wie auch immer die aus dem Boden, äh, entstehen können. Ich weiß es nicht. Das, äh, ist mir ein Rätsel. Das ist mir ein Rätsel. Und Baumstämme kriegen wir eigentlich dadurch eigentlich immer. Jetzt habe ich gerade gar nichts gekriegt, oder was? Und dann kriege ich überhaupt noch irgendwas? Oder wie ist das? Weil jetzt habe ich gar nichts an. Ist das ein Bug? Aha, jetzt wieder. Zwei Baumstämme. Noch nicht so viel. 19 Uhr. Langsam wird's, äh, spät. Die Sonne geht unter. Man sieht's. Ja, die Sonne neigt sich dem Ende des Tages. Huch. Wirst du wohl? Was auch, ich wollte schon sagen. Doch, ich rode den ganzen Wald hier ab. Ach so, warte mal. Wir haben ja eine Kettensäge, ne? Ich frage mich, ob man damit auch Bäume sägen kann. Oder ob das eine Waffe ist. Aber ich schätze, das wird eine Waffe sein. Also gehe ich mal von aus. Das wird jetzt, glaube ich, keine... Nein, wir können's ausprobieren. Aber... Aber ich glaube eher, dass es, äh, ja. So, warte mal. Wir haben wieder Dings. Ich würde wieder hier auf, äh, Kraft gehen, ne? Zusätzlicher Schaden an Bäume und Eisen. Zusätzlicher Schaden an Zombies. Machen wir auch. Entscheidung. So. Finde ich gut. Finde ich gut. So. Zusätzlicher Schaden ist immer gut. Dann geht das ein bisschen zügiger auch. Merkt man direkt. Geht direkt viel schneller. So, 20 Uhr. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich möchte noch den Hochstand bauen. Wir müssen noch Pfeile bauen. Und wir müssen noch Spikes bauen. Das würde ich jetzt ganz schnell machen. Ich hoffe, das reicht, was ich jetzt hier alles gehackt habe. Die zwei würde ich noch mitnehmen. Und dann legen wir los. Ich hoffe, das reicht. Das wird nie im Leben reichen, wie es immer so ist. Es ist immer so. Es reicht vorne und hinten nicht. Ich würde noch gerne viel, viel mehr Holz ackern. Aber ihr wisst, wie es ist. Wir haben die Zeit nicht dafür. Das heißt, morgen werden wir uns auf jeden Fall darum kümmern, unsere Base auszubauen. Und zwar würde ich gerne um unser Haus innen auch ein paar Spikes haben. Und hier noch viel, viel mehr. Die ganze Wand muss hoch mit Spikes sein, damit die da krepieren, die Viecher. Und dann gucken wir irgendwann nach Fallen, dass die auch sterben durch die Fallen und so. Dass wir uns irgendwelche Fallen bauen. So, jetzt erstmal gucken. Wir brauchen, was brauchen wir für Spikes? Wir brauchen zwei Holz und Seil. Ah, Seil brauchen wir ja auch noch. Stimmt. So, warte mal. Dann gucke ich mal eben. Ich gehe immer noch in die falsche Richtung, ne? Ich speichere mal. Äh, so. Wir brauchen Stoff. Stoff, Seil. Und wir brauchen Blätter, ne? Haben wir noch Blätter irgendwo rumfliegen? Da haben wir noch Blätter. So. Ich mache mal Holz. Was brauchen wir denn für die, für den Hochsitz? Warte mal. Die Treppe hier. Ein Holz. Ein, nee, zwei Holz. Ein Brett. Ich mache mal zwei Bretter. Und ich mache mal jede Menge Holz. So. Jetzt müssen wir, ähm... Ich mache den schon mal. Am besten so außen, oder? Wenn wir noch nicht sehen, wo bauen wir den denn hin? Zwei wären gut, wenn wir zwei bauen könnten. Ah, ist nicht hoch genug, ne? So ein Mist aber auch. Müsst ihr das höher bauen können, oder? Hier, warte mal. Ah, hier ist gut. Hier kann man nämlich gucken, dann. Das ist, glaube ich, ganz gut hier. Kann man, glaube ich, dann raufspringen auf die, äh... Kann ich noch einen bauen? Ich kann noch einen bauen. Das ist sehr schön. Wird gerne aber andere Richtung. Hier vielleicht. Mal warte. Ah, ernsthaft? Wo ist der jetzt? Aua, Alter. Ernsthaft? Uah, wo kommt der denn her? Wieso spawnt der hier drin? Aua. Ernsthaft? Ne. Hau ab. Und ein giftiger auch noch. Ah, hau... Wieso sind die hier drin gespawnt? Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Jetzt kurz vor... Kurz vor der Nacht, oder was? Der darf uns nicht angreifen, weil dann sind wir vergiftet. Oh Gott. Hilfe. Oh Gott. Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Spawnen die einfach hier drin, die Ferkels? Das ist ja nicht gut. Ich meine, solange die Welle nicht hier drin spawnt, ist mir das eigentlich relativ Wumpe. 97. Wir haben nicht viele Speere mehr, ne? Das ist ganz gut. Da kann man hier oben ein bisschen gucken. Ja, das ist sehr schön. So mag ich das. So. Jetzt erst mal essen. Und, ähm... Was wollte ich jetzt? Wir wollten... Inventar schon wieder fast voll. Äh... Spikes bauen. Können wir jetzt welche bauen? Ja. Dann beeile ich mich mal. Wir haben nicht mehr viel Zeit. 21 Uhr haben wir. So, bauen. Natürlich hätte ich gerne oben drauf welche. Geht... Geht das nicht? Doch. Äh, hallo? Hä, wieso baute? Hä? Hört direkt aufzubauen? Warum? Was ist denn hier los? Das ist ja blöd. Na? Eigentlich muss man nicht immer drauf drücken. Aber irgendwie ist das jetzt, glaube ich, ein Bug gerade. Warum auch immer. Das ist, glaube ich, schon mal eine gute Höhe. Wenn wir die schon mal haben... Ja? Sowohl... Dann können die nämlich da schon mal dran krepieren. Äh, ja, warte. Nicht snappen. Ah, wieso der es immer zumacht jetzt. Komischerweise. Aber das wird dauern. Das ist ja jetzt alles blöd. Komischerweise schließt er das Menü immer. Warum auch immer. Äh, hallo? So. So, bauen. Müssen normalerweise noch eine Etage bauen. Warte. So, ich muss das bestimmt zumachen erst, ne? Oder auch nicht. Niedriger ist mit Q. Schubidu. Äh, was? Kollidiert? Liegt noch gerade. Da hinten. Hallo? Ah. Liegt noch gerade. Warte mal. Ich mach mal eben die Tür zu. 21 Uhr. Uh, das wird eine knappe Geschichte. Ich glaub zwar nicht, dass es reichen wird, was wir hier fabrizieren. Also vom, ne? Aber diesmal haben wir schon mal ein paar mehr Spikes hier. Also, dass wir bis hinten zum Ende kommen. Entweder werden wir nicht genug Material haben. Irgendwas wird passieren. Wissen die anderen eigentlich auch reparieren, ne? Oh Gott. Das wird so furchtbar. So, nicht unsnappen, bitte. Einmal. 21 Uhr. Es geht noch. Na? So. Auf jeden Fall schon mal zwei rein. Also zwei übereinander. Nein. Ja, ich weiß. Das war sehen. Drauf gedrückt. F nehmen. So. Die Wellen werden ja wahrscheinlich auch stärker werden, ne? Geh ich mal von aus. Und deswegen müssen wir auch zusehen, dass wir so langsam mal auch mit den Fallen anfangen. So, warte. Äh, so. Okay, uns fehlen Materialien. Was fehlt uns? Seil. Seil ist nicht das Problem. Das sieht auf jeden Fall schon besser aus. Seil ist auf jeden Fall nicht das Problem. 22 Uhr, noch zwei Stunden. Müsste hier sein, das Lager. Na, ah, ich geh mal falsch rum. Links ist das Lager. L wie Lager. Äh, Moment. Seil. Gehen wir hierher? Nein, stellen wir an unserer Werkbank her. Oh. Und wir müssen ja noch Pfeile herstellen. Oh Mann. Nein. falsche Tür. Fuck. Äh, das müsste hier sein. Ja. So, ähm, nein. Hä, bin ich jetzt doof? Ich bin doof, ja. Bin ich jetzt, bin ich jetzt ganz doof? Ich bin ganz doof. Seil. Stoff. Und Schnaps. So, jetzt aber ganz schnell. Viel brauchen wir nicht mehr, dann sind wir fast durch. Na, nein, nicht schießen. Das ging gerade? Ja. Ja, schön. Ja. Aber wenn das jetzt übereinander ist, hilft das, glaube ich, auch schon ein bisschen. Weil dann wird die Wand nicht so in Mitleidenschaft gezogen. Ich frage mich echt, wo wir, wo wir Ziegelsteine herkriegen. Ich meine, wir können später. Was fehlt denn jetzt? Oh, Holz. Ich meine, wir können später, ähm, Marathon, habe ich gerade Errungenschaft bekommen. Äh, haben wir überhaupt noch Holz? Wir haben keine Baumstimme mehr, ne? Oh, scheiße. Oder haben wir noch Holz in der Kiste? Äh, wir können später auch Ziegel selber herstellen. Nein, wir haben kein Holz mehr. Doch. Ähm, wir können später auch, äh, selber Ziegel herstellen. Das weiß ich. Haben wir ja schon gesehen und gelesen. So, zwei oder drei brauche ich hier noch und ich brauche für den Eingang ja auch noch. Das dürfte passen. So. Damit haben wir schon mal eine zweite Reihe. Und jetzt würde ich den Eingang zubauen und dann... So, was? Haben wir genug Äste? Neun Äste. Wir brauchen für... Pfeile brauchen wir Äste, ne? Neun Stück. Wir haben so viele, haben wir nicht mehr. Ah, shit. 22 Uhr. Schaffe ich das noch? Ein paar Äste noch zu organisieren? Ich meine, eine ganze Stunde haben wir noch. Wenn der Kreis voll ist, dann fängt erst die Dings an. Ich probiere es. Ich gebe mir Mühe. Kriegen wir auch Äste her? Ja, kriegen wir auch. Aber nicht immer irgendwie. Äh... Mit der... Fünf ist die Axt. Nein, die Fünf, bitte. Hallo? Die Fünf. Die Fünf soll's sein. Weil wir brauchen ja ein paar Pfeile, ne? So, eigentlich wollte ich ja hinter unserem Haus nicht hacken, aber... Wenn wir schon einmal dabei sind... Wir brauchen ja Äste. So, um unsere Hütte herum wollte ich ja auch Spikes bauen, aber darum kümmern wir uns am nächsten Tag. Ich glaube, wir sind jetzt so langsam richtig im Game angekommen. Ich glaube, wir werden das diesmal schaffen. Auch die Nacht gut zu überleben. So, dann beeile ich mich jetzt mal, weil 23 Uhr hat angefangen. Äh... So, ich düse. Wie gesagt, wir müssen vorne den Eingang ja noch machen. Und wir müssen uns noch Pfeile bauen. Das dauert ja auch ein bisschen. Ja, was heißt ein bisschen? Es dauert... Das finde ich ein bisschen schade. Aber ich hoffe, das kommt vielleicht alles noch. Wie gesagt, ist ja noch in Entwicklung. Wir sind ja immer noch in der Alpha. Äh... Bei dem Spiel. Ähm... Dass das Crafting eine gewisse Zeit braucht. Weil jetzt ist es so, du klickst drauf und du hast es. Und man braucht ja normalerweise ein bisschen, bis man... Ähm... Ja, bis man was gecraftet hat. Weißt du? Das dauert ja normalerweise immer ein bisschen. So, ich mach einen hier hin. Einen oben drüber. Könnte man auch machen. Wenn ich das könnte. Wenn ich das dürfte. Darf ich denn noch einen bauen? Ah, mir fehlen Materialien. Okay. Dann lass ich das so. Egal. Tür zu. Affe tot. Und, äh... Dann werde ich jetzt mal Pfeile bauen. Pfeile. Wie viel können wir herstellen? 33 an der Zahl. Nicht genug, weil uns was fehlt jetzt? Bast. Wir haben, glaube ich, keine Äste irgendwo drin, oder? Nein, haben wir nicht. Äste können wir, glaube ich, auch nicht herstellen oder so, irgendwie. Dann packe ich mal eben schnell die Sachen weg, die wir nicht mehr brauchen. Wie zum Beispiel Seil. Was? Wo war? Nein, nein, nein. Oh Gott. Furchtbar. So, ähm... Holz war, glaube ich, woanders. Stoff war, glaube ich, hier mit drin. Blätter waren vorne. Brüchte. Das war auch hier. Tierdarm war auch hier. Fleisch. Können wir gleich mal brutzeln. Äh... Bretter. Eisen haben wir noch. Stück Eisen. Sehr schön. Das kommt bei Steine rein. Das müsste hier sein. Seil und Samen. Samen war auch hier vorne. Seil war... Na? Hallo? Seil. Knochen. Das kommt da rein. Ranke. Tierfett hatten wir, glaube ich, vorne. Hier haben wir noch Holz. Da kommt die Nahrung hin. Holzfäller, Axt, Pfeil, Pfeil, Machete. Holz, Holz, Pfeil, Pfeil, Pfeil. So, dann müssen wir das Holz noch einsortieren. War das hier? Ich würde sagen, wir machen hier Holz rein. So, genau. Sehr schön. Das Fleisch brutzle ich mal eben. Achso, wir brauchen die Waffe, ne? Fällt mir gerade ein. Ahaha, so. Die mache ich mal auch für vier. Granate. Für einen Granatwerfer ist das Munition, ne? Alter, holy shit. Die Scheinbarung in der Lage ist, alles zurechtzuschneiden. Ach krass. Also können wir vielleicht doch damit Bäume sägen. Das müssen wir morgen mal ausprobieren. Dann würde ich jetzt mal mit der vier ausrüsten. Wieso haben wir 167 Pfeile? Okay, einer stirbt schon. Das ist schon mal gut. Ich brutzle mal eben das Fleisch. Siehst du, und das meine ich halt. Du klickst drauf und es ist fertig. Das wäre halt noch super, wenn das noch Zeit verbrauchen würde. Weißt du? Kann man mehr nachladen? Okay, man hat immer nur einen Schuss. So, das heißt, wir gehen nach draußen. Oh, Fackeln wäre noch geil. Wie kann man denn Fackeln herstellen zum Hinstellen? Hinstellbare Fackeln. Haben wir sowas? Das sind nur Gebäudesachen. Das ist das. Steinbrauchmaschine ist auch ganz toll. Das wird bestimmt interessant. Licht hier. Wandleuchte. Stimmt, die hatten wir, glaube ich, schon. Leuchte. Das haben wir, glaube ich, alles soweit. Das könnten wir eigentlich auch mal platzieren. Hier sowas. Strahler braucht aber Strom, ne? Alter Schwede. Das wird noch lustig. So, dann würde ich sagen, guck mal doch mal, was die nächste Nacht bringt. Und das in meiner nächsten Folge bei Night of the Dead. Bis denne. Tschüss. 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 Tschüss.